hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal meine vorderseite neue im hintergrund sind ja ein 36 zu 3 von mir spielt mit der pdw auf dem clan account ich glaube ich habe noch mit x mystic stone also mit dem paul noch zusammengespielt ich bin mir jetzt nicht zu 100 prozent sicher aber er war da auf jeden fall also das ist also was ich noch kurz sagen will also es ist jetzt ab morgen guck mal jetzt guckt euch dieses movement an das ist traumhaft egal warte was wollte ich sagen also ab morgen ist ja meine letzte prüfung dann ist matt dran und dann ab morgen kommt dann wieder regelmäßig videos am start und ich habe mir jetzt einfach so überlegt dass ich jetzt mir einen uploadplan machen also ich versuche wirklich diesen uploadplan will ich dann das ist diese tour 3 einfach so unnötig ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht mehr genau wie ich jetzt gestorben bin aber ich weiß noch das war richtig und richtig unnötiger tod irgendwie von hinten oder irgendwie so hast keine ahnung egal aber ich gehe glaube ich in der zweiten runde erst richtig aber also in der ersten runde ist noch ein bisschen gemütlich und ab der zweiten runde läuft es dann erst richtig also ok dann würde ich sagen noch mache ich ein uploadplan jetzt ich wollte jetzt auch ein bisschen mehr black ops 2 bringen also ich finde ich nur einen schaden bringen aber einen schaden kommt natürlich weil das auch wieder ganz wieder regelmäßig und black ops 2 wollte ich bringen ich wollte dann auch vielleicht ein neues let's play mal starten aber ich weiß es noch nicht ich habe nur voll bock irgendwie auf dem let's play ich wollte eigentlich 1 mit dem janik und dem mafen zusammen machen ein spiel aber ich weiß jetzt nicht genau was das jetzt daraus wird muss noch irgendwie auf dem mafen warten und bis dahin muss ich jetzt mal genau gucken wie ich das mache also ich muss mal gucken was ich jetzt genau mache also ich will wahrscheinlich mache ich das aber alleine weil das ich dann einfach ein bisschen das kann man so sagen wie soll ich das jetzt sagen also ich kann ja ich muss mich nicht nach anderen richten kann man so sagen und ich wahrscheinlich mache es alleine ist jetzt nicht zu 100 prozent gesagt aber wahrscheinlich mache ich sagen ich weiß es aber noch nicht genau was ich jetzt mache ich habe nur bock auf dem let's play mal gucken was könnte man dann let's playen let's playen was könnte man denn keine ahnung um genau zu sagen ich weiß es ehrlich nicht ich habe mir mal überlegt dass ich mir titanfall für den computer hole aber ne da wird auch nicht aber da kann man nicht richtig auch schlecht let's playen ist ja auch wieder ein online spiel ich weiß nicht genau ich muss noch überlegen was ich mit let's play noch will habe ja noch ein paar möglichkeiten vielleicht auch ein online spiel mal gucken ja also das war es dann auch erstmal dazu also wenn ich hoffe man ich weiß nicht vielleicht merkt man das also ich habe es noch nicht richtig an den einstellungen was richtig viel geändert also ich muss das noch mit hier überhaupt machen mein neues mikrofon ist jetzt angekommen schon seit irgendwie schon recht lang also schon wahrscheinlich schon über eine woche aber mein interface das war ein problem dass der kriege bock mir am anfang das falsche interface geschickt hat also das und dann hat das halt nicht funktioniert da kam gerade so ein scheiß störgeräusch und so ein rauschen und jetzt ist es halt das neue angekommen und ja also ich hoffe man hört den unterschied schon es kann noch wird wahrscheinlich auch ein bisschen der qualität noch ein bisschen was ändern weil ich einfach noch wie heißt es weil ich noch einfach noch müssen an den an den da an den an der interface was umschalten muss noch und ich habe jetzt eigentlich noch fast alles auf standard ein bisschen die lautstärke höher gedreht und sowas also mehr ist es von dieser tod das da habe ich mich richtig über eurem aufgeregt weil da war ich richtig auf eigentlich richtig gut dabei und ich war eigentlich auch richtig streak also glaube ich ab jetzt ich weiß nicht ab jetzt oder ob der nächste runde sterbe ich jetzt gar nicht mehr aber ich hatte jetzt meine drei Tote schon ich weiß nicht also ich gucke gerade ich bin ja lass das ja auch gerade im hintergrund auch jetzt ablaufen ich gucke mir jetzt gerade so an naja ich glaube das ist das letzte mal dass ich sterbe das war jetzt der dritte tot glaube ich müsste es jetzt sein ist jetzt aber auch egal aber in dieser runde habe ich richtig viele orbis zum spiel also das war schon eine richtige nächste runde und das hatte ich gerade noch also mal gucken also das video kommt dann auch wahrscheinlich heute hoch ja also ich kann jetzt mal kurz ja alle drei sachen rund in die also zwei sachen also das eine kabel das müssen kabel das verbindung kam vom mikrofon zum interface ich muss jetzt nicht reinpacken aber ich kann es trotzdem gerne mal reinpacken was ich mir jetzt da noch schönes geholt habe also nach dem update jetzt auch ja ja ich habe mit mit paul zusammen gespielt das war es ja das war noch richtig an der anfangzeit von ihm wo er den klang gekommen ist also ich habe jetzt noch lange habe ich jetzt noch also das video geht jetzt ist jetzt vier minuten lang als zocker noch drei kommt noch mal noch drei vier minuten geht das video noch also was kann ich jetzt nur kurz schnell erzählen also vor dem upload machen also ich wollte es wahrscheinlich jetzt weil ab morgen kann wie schon gesagt habe ich jetzt hat die letzte abschluss prüfung dann kann ich auch wahrscheinlich jeder regelmäßig videos machen und ich habe mir jetzt überlegt halt dass ich mal gucken also ich würde gerne eigentlich an einem tag wirklich ein video hochladen aber ich weiß nicht ob ich das alles schaffe aber ich denke schon aber mal gucken überlege ich mal wann also vielleicht könnt ihr ja wollt ihr auch an bestimmten tagen jetzt auch was sehen dann könnte es mir auch in beschreibung wenn die beschreibung warum sage ich immer beschreiben in die kommentare schreiben was wenn die einen bestimmten plan wenn der bestimmten plan haben wollt also wann ihr das sehen wollt könnt dann schreibt mir auf jeden fall in die kommentare sonst entscheide ich das ich sage euch den auf jeden fall noch mal bescheid vielleicht mache ich den gleich und dann füge ich den wenn ich das schon gemacht habe dann füge ich den irgendwie gleich in die ecke mal kurz ein und wenn ich jetzt wirklich schon gleich noch mache also ich würde wahrscheinlich so sagen wir mal aber hat black ops auf jeden fall also das kann ich euch jetzt schon mal sagen es kommt jetzt nicht nur an chartes weil black ops 2 macht mir eigentlich richtig viel richtig 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 bock zur zeit und ja also mal gucken also was soll ich jetzt sagen also ich würde jetzt erst mal sagen bis zum ersten achten machen wir das erste mal so weiter also den upload plan und danach muss ich gucken weil ab dem ersten achten mal fange ich meine ausbildung an und ja da muss ich mal kurz gucken habe ich halt nicht mehr ich habe trotzdem noch genügend zeit für videos also das ist nicht aber ich weiß nicht ob ich jetzt das alles schaffe also ich habe jetzt auch drei bisschen also ich habe jetzt nicht dass manche haben wir gedacht wieder doch warum machst du schon wieder so eine pause also meinst du jetzt ja youtube pause ich mach keine pause also ich war ja richtig motiviert für mir irgendwas aufzunehmen sowas halten wir den jetzt in den zaps war das jetzt also ab morgen ist das hat er wieder nicht also morgen kommt es auch wieder alles pünktlich ich gucke jetzt gerade mal ist jetzt nicht mehr so lange und ja also das ist das hauptsächlich was ich alles sagen wollte noch zu den optionen was ich jetzt hier zu blabbern habe also ich kann ja auch noch was dazu sagen also was ich denn jetzt gucken kann man mal überlegen vielleicht fällt mir jetzt schon ein paar sachen ein jetzt kommen die da kommen das ist doch man schon mal warm alle auseinander kommen alle hintereinander ich komme jetzt den habe ich auch noch ich habe kann das noch einer ne ja das sieht aus nicht nur ein vierer feed ok aber jetzt habe ich jetzt da nämlich das alle so viele leute richtig auseinandergekommen ich weiß nicht wie viele orbis hatte könnte schreiben aber jetzt in die kommentare ich weiß nicht genau jetzt wenn ihr mitgezählt habt wie viele orbis jetzt in der runde schlubbe es waren vier bestimmt oder vier vier oder fünf ich weiß es nicht also 36 zu drei ist eigentlich doch ein recht angesehener score also ich werde jetzt auch bald in den nächsten tagen wahrscheinlich ich schicke ihm heute die audio datei kommt ein noch einen live commentary mit mit tiger und ich weiß nicht mit tiger 97 glaube ich oder mit tiger 95 entschuldigung und also mit dem kommt jetzt auch noch ein live commentary mit in black ops 2 das war es dann jetzt auch mit dem gameplay das ist ein wie ich schon gesagt warte warte 1 36 zu 3 müsste es jetzt sein das ist aber einfach erst nicht ein bisschen geschneit also kann jetzt kommen jetzt erst mal da ja 36 zu 3 und ich habe mich gesehen und dann jetzt mal